Guten Abend im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt zu meiner Reihe Carte Blanche. Heute Abend gibt es In the Heat of the Night, einen Film von Norman Jewison aus dem Jahr 1967. Es ist ein Film über Rassismus. Der Film ist natürlich antirassistisch und er ist auf eine, wie ich finde, extrem intensive Art gedreht in allen Aspekten des Filmemachens. Die schauspielerischen Leistungen, allen voran Sidney Poitier und Rod Steiger, sind fantastisch. Sidney Poitier ist vor kurzem gestorben. Er war der erste schwarze Schauspieler, der für einen Oscar nominiert wurde. Er war der erste schwarze Schauspieler, der ihn für eine Hauptrolle dann auch erhalten hat. Sidney Poitier war ein Pionier des schwarzen antirassistischen Kinos. Man kann gar nicht anders, als ihn hochzuschätzen. Er war ein glänzender Schauspieler und sozusagen eine Art von Gentleman, der für die Sache der schwarzen Amerikanerinnen und Amerikaner enorm viel bewirkt hat. Allein das ist schon ein Grund, finde ich, diesen Film auszuwählen. Denn, wie wir wissen, ist immer noch Amerika ein rassistisches Land, durch und durch. Auch Joe Biden hat da nicht sehr viel machen können. Das Thema der Diversität im deutschen Film liegt mir sehr am Herzen, als Privatmenschen wie als Präsidenten der Deutschen Filmakademie. Insofern, muss ich gestehen, habe ich auch überlegt, was für einen Film ich zum Thema Antirassismus auswählen könnte. Und da ist mir dann aber sofort dieser Film in den Sinn gekommen. Norman Juson war eher ein, oder ist, er lebt noch, er ist hochbetagt, ich glaube, er ist schon Mitte 90, ist eher ein sehr guter Handwerker, aber er hat einen weiteren Film gedreht, den ich ganz wunderbar finde. The Thomas Crown Affair mit Faye Dunaway und Steve McQueen. Das ist auch ein super Film. Und Rod Steiger ist einer der großen, nicht ganz so berühmt gewordenen Hollywood-Schauspieler, die ich aber als Schauspieler irre gut finde. Insofern gab es und gibt es für mich sehr viele Gründe, diesen Film auszuwählen. Er ist sehr bewegend, ich hoffe, er bewegt sie auch. Und ja, ich möchte an Sidney Poitier erinnern, der vor kurzem gestorben ist und ein großer Schauspieler und ein Kämpfer für die schwarze Sache war. Film ab. Film ab. Film ab. Film ab. Film ab. Film ab. Untertitelung des ZDF, 2020